einen wunderschönen guten tag meinerseits ich habe grandiose informationen was die e3 2021 angeht ja die e3 ist wohl einer der wichtigsten gaming veranstaltungen aller zeiten klar für mich wo nie auf die e3 war war es für mich trotzdem die geilste während aller zeiten denn es gab viele live präsentationen die oft hintereinander stattgefunden ist es war für gamer wie weihnachten und dieses jahr gibt es wieder grandiose nachrichten denn die e3 wird ja vom 12 bis 15 juni stattfinden also auch die präsentationen und die hersteller und der veranstalter hat nun offiziell die ja wie spiel hersteller die vor eben teilnehmen bekannt gegeben unter anderem und darauf freue ich mich riesig ist nintendo auch mit dabei mit einer nintendo direct ja und was das also das haben auch viele natürlich vermutet aber ich bin ziemlich glücklich drüber denn es ist einfach geil dass nintendo wieder sich zwei e3 bekannt gibt hoffentlich auch paar geile börder raushalt die mark hat 9 oder sonstiges sind wir sehr gespannt ich freue mich gerade darüber außerdem ist auch ein großer 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 hersteller dabei und worauf mich sehr freu und zwar microsoft ist da beziehungsweise xbox sie werden nämlich auch mitmachen und das ist eigentlich eine riesige riesig gute sache denn microsoft nintendo sind momentan alle der interessantesten hersteller klar die playstation 5 ist meine lieblings konsole aber und das ist der große nachteil sony wird leider nicht mitmachen sony macht wieder ein eigenes event wahrscheinlich haben sie doch ein bisschen mehr zu kämpfen was die pandemie angeht weil sie gerade aktuell auch irgendwie eher weniger spiele für dieses jahr zeigen können denn die meisten spiele die sie angekündigt haben wie schon die meisten folge meistens mitbekommen haben wurden verschoben auf 2022 sind nicht schade gerade für mich wo sich auf gran tors museen sehr gefreut hat muss ein bisschen traurig gucken aber vielleicht war so ein eigenes event zeitnah und wir sehen dort eventuell neue informationen zu den verschwunden spielen auch weiterhin wird die ea Activision und sega bei sega und namcom fehlern was ein bisschen schade ist aber nun ja wer auch noch zugesagt hat als capcom konami ubisoft take two wonder brothers games und co also noch viele anderen kleineren haben damit zugesagt ja was sagt ihr wird es wieder wie weihnachten so wie immer oder sagte er so naja sony fehlt ein bisschen schade aber ich freue mich schon sehr auf ubisoft präsentation die habe ich mir immer angeguckt ea wird ja mit der ea play ein oder zwei tage davor der e3 ihre präsentation vor knüpfen oder präsentieren darauf freue ich mich auch sehr 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 und natürlich nintendo und microsoft werden die bühne definitiv gerade microsoft mit halo gut das soll es gewesen sein wie gesagt schreibt mir gerne eure meinung in die kommentare ansonsten war es ein video vielen dank fürs zu sehen hat rein bis dahin